ARD Text im Auftrag von Funk Hi, bevor es sich platzt, was wir uns sagen. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Da ist die Kamera. Ich platzfrau auf dich. Ja. Ich mach das schon. Hallo? Hallo? Spielst du dich mit? Hä? Ich mach doch erstmal die Taxi unten. Nein, 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 nein. Ich mach kurz nur die Taxi unten. Nein, nein, nein. Wir würden uns doch komplett auseinander nehmen, oder? Ja, ohne du. Das wird besser. Ich bin in dem Prinzip nicht so schwer dagegen. Kommen wir ab. Was willst du spielen? Willst du Poolpressing? Ja. Jetzt müssen wir wieder rein. Ständiger Druck. Ist das nicht schlau? Eigentlich spielt man das nicht, aber jetzt spinnen wir es. Warte, was bin ich? Welche Farben? Ich bin gelb-blau. Ich bin gieß. Ich bin grau-blau, oder? Ich bin grau-blau, oder? Warte, ich bin nicht blau. Nee, ich bin nicht blau. Ich bin blau. Ich bin gelb. Ich bin gelb. Kamera, Leute. Können wir die Kamera ändern? Sie hat ja auch so gut geblieben. Das wirst du gleich sehen. Wir machen das. Als Gata. Ich. Langfahrt. Oben, 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 oben. Mach. Ja, komm easy. Spaß. Überhaupt kein Problem. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh. 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 Ja, ich bin am Laufen. Clever gemacht. Gute Aktion. Ich laufe mit, ich sie zurück. Also rein. Ja, geht oder nicht? Nee, nee, laufe mit. Langzeit bin ich hier jetzt. Oh mein Gott. Gute Chance. Fallen drin. Das ist FC, also. Starkes Tor von dir. Ja, wirklich. Sehr stark. Ja, ja. Du bist ja gut. Ey. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen. Nicht nervös werden verwählen. Aber als wenn er Wut- Worst-Buck mit der Angriff? Ich beginne. Ich bin hier. Das ist die Chance. Ja. Dann gibt's einen Rechte-Ás, like. Oh. Oh. Okay. Okay. Okay, ist gut. Ich steh frei. Aber Oma, eine Hacke zu Hacke mache ich's. Könnte ich, hauptsache nicht, wie schnell es geht. Einfach aus. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Ich, ähm, kann oben nicht. Nee, ist so, abseits. Doch nicht, doch nicht. Schlau. Zweite. Oh, ich brauche dich. Und mit dem Tor sind sie nur mit zwei Minuten. Oh, die machen Green. Ich denke immer zufrieden. Ja, ich will nicht ständig versuchen, Leute. Ach so, ja, ja, ja. Es gibt so einen ständigen. Ist, ist so. Ja, okay. Ist so, Mann. Die wollten den Fümmerkett einstellt. Das stimmt doch, ganz. So, Rackzoll jetzt. Oben, unten meine ich. Na, war's nicht jetzt. Und jetzt, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich glaub. Oh, schick. Na, guck mal jetzt. Oh, aber ich hab' zu Hacke. Hacke zu Hacke. Ich bin rum. Ach, schlössend. Nee, jetzt wir bleiben. Ich tripple an. Aber Ubi ist nicht so schnell. Ich glaub, wir hätten 95 Euro was machen sollen. Ach so? Jule Brand. Oh, mit dem Weltball. Nein, nein, nein. Cheese-chicks. Oh, komm, du. Nee, der Spiel hat uns verkauft. Wir haben einfach nur geschehen. Wir haben einfach nur geschehen. Vorabseitsfalle. Es tut mir leid. Ich hab mich schon mit dem Torwart drauf. Nee, ist das nie. Es wird uns sowieso über uns jetzt machen. Wieso wird denn das unten eigentlich nicht angezeigt? Was wird nicht angezeigt? Ausdauer des Spielers. Da ist sie alleine durch. Oh! Der ist gut. Der ist gut. Ich hab voll braune Haare. Oh, ist mir gut. Ah, der ist mir gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ging doch nicht. Jetzt. Für dich. Na, jetzt bin ich da nachseits. Oh, man. Mann! Ich denke, du bist ein Partner, sie ist. Hier, hier, hier! Nein! Ja! Äh? Zweite doch! Nee! Warte mal, hat jetzt gerade jemand versucht, hineintraut zu machen? Hä? Hä? Oder war das jetzt unser Leben? Das war euer. Voll geträumt. Huch! Huch! Hey, Faulmann! Niko! Ich fühl nichts gekauft. Ich hab's von einer Verbindung gesagt. Ja, das stimmt doch! Ich kann sie nicht wählen. Jetzt hab ich sie. Jetzt doch nicht. Jetzt hab ich sie. Doch nicht. Probier nicht. Ja, oder nicht. Genau. Oh, jawoll! Jule! Ja! Warte! Ich liebe den Typ! Komm mal, Blödi! Ich hab voll wasch drauf. Ciao! Schönen Tag! Oh mein Gott, das ist übel! Sarah! Ich hab mich ein bisschen... Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Wisst ihr, was Ubi jetzt in der Tempo hat? Ne, jetzt halt. Also... Haben wir ihre Gold gehabt? Weil die, glaub ich, 60. Dann sind... Ich glaub irgendwas mit 52. Irgendwas? Irgendwas? Noch niedriger! Ja, das letzte... Nee! Das letzte... Schlob! Hä? Nieder ist mal aufgestaut. Nein, ich wollte ja noch mit... Nachverbeuer wollen. Nein. Stäume? Ja. Auf der... Ich zeig mal... Der Chat... Ich glaub, es waren... Leute, in der Vorhinein zu schreiben, dass sie langsam das... Ich hab gar nichts gemacht! GARNIS! GES! Oh, das könnte was werden! Gut! Ich hoffe, ich muss das Haus wollen! Was? Ich hab mal... Das? Mein X-Klemm, drück! Ne? Ja, ne! Das Klemm... 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 Das ist natürlich ein Releaser... Ich hab's... Nein! 1, 2, 1, 3, 3, 3! Sie schießen! Stark gespielt! Warte, wir wollen das immer schießen? Jetzt gehts! Das mit dem Schießen hier! Du bist dran! Du bist dran! Oh, der Kontrolle! Achso, ich will in deinen Kopf verbringen. So, jetzt musst du, wenn du es kündigst und ganz... Ja. Nee. Wie viel gehalten hast du denn? Achso, ich warte uns. Du bist dran. Du Arsch. Frech. Mach das mit beiden, vielleicht in die Richtung. Oh Gott. Im letzten Moment, wenn ich ihn wieder nach rechts über den Blubfer. Ich drücke ihn. Ich kann es. Ja, ich bin schon ganz verknüpft. GG! Kaput, du kannst nicht so richtig machen. Ja, nichts verknüpft. Wenn du den letzten Wald verschießt. Ja, ich würde getroffen haben. Ich denke, ich bin einfach getroffen. Ja. Ich bin schon ganz verknüpft. Ja. Weil die Geöhlte haben ganz nichts mehr. Wollen wir spielen in den Multimedien? Ja. Ja. Wo es für die gute Macht und so. Ja. Ja. Natter. Okay. Willst du die mal sehen? Ja, ich hoffe, dass sie jetzt war. Okay. Achso, danke für euch. Danke, dass du dir bei deinem Geist. Hat Spaß gemacht? Ja. Das kam alles. Danke dir. Tschüss. Danke dir auch. Tschüss. 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 Jürgen, sie ist so cool, ne? Ja. Also, das ist wirklich nett. Also, so privat. Auch wenn die Kameras nicht an sind. Die ist schon korrekt, Leute. Ja, genau. Jule auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und Alex Pop auch. Die haben wir auch geklappt. Aber ich sage, es ist Jude. Da toppt niemand die Jude. Nein. Die Jude ist wie sie sympathisch sind.